Wir sind bereits in der 81. Spielminute. Halk schnappt sich den Ball rund 18 Meter vor dem Tor. Der Salzburger schaut kurz auf und macht es mit viel Gefühl. Hebt den Ball über Alex Valky ins Tor zum 1 zu 0 für Zenit. Der Brasilianer zeigt sein gutes Auge und jede Menge Gefühl im Fuß. Untertitelung des ZDF, 2020